einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen platin guide diesmal von der gleiche firma break and game agat diesmal ist das american football hier gibt es auch keine tricks oder so man muss halt einfach nur touchdown machen man muss über die gegner rüber springen ihr müsst aber aufpassen manchmal springen die hoch müsste fünf touchdowns machen aber aufpassen nachher kommen dann auch noch mehr manchmal springen so gar nicht kostet 99 cent im store auch noch mal rein Touchdown 4 Jetzt kommt Touchdown Nummer 5 Ah Oh Oh Mist Mist Zwei Trophäen fehlen uns noch Platin logischerweise und vierte Touchdown Jetzt gucken wir mal So Wo waren wir jetzt? So Da kann man ein bisschen mit links rechts oben unten Das machen wir halt wieder ganz normal Aber manchmal kann man dann bei den Spielen paar Levels überspringen Wenn man halt jetzt nur Touchdown 4 braucht oder so Kann man beim starten halt hoch und x drücken oder runter oder links und x und rechts und x Und 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 ich springe jetzt auch teilweise ziemlich hoch oh 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 Oh. 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 Ist doch nicht die Möglichkeit. Sechsi hat's neue Verte. Leck mich doch am Arsch. Oh. Oh. So runter passiert nix. Ne doch. Da sind wir an Touchdown 4. Oh. Scheiße. Also bis 4 müsste er kommen. Aha. Und da ist der 5. Touchdown. So. Also ihr müsst bis zum 4. Touchdown. Den müsst ihr haben. Wenn er beim 5. Touchdown. Beim 5. Level versagt. Und ihr jetzt Ende habt. Und ihr in diesem. Ich bin jetzt. Lass mich mal kurz sterben. Damit er euch das zeigen kann. Wir sind jetzt tot. Dann drücken wir einmal OK. Und in dem Menü. Drückt ihr einfach Steuerkreuz nach unten. Haltet unten gedrückt. Und bestätigt mit X. Und dann seid ihr automatisch beim 4. Touchdown. Also ihr habt dann praktisch den 4. Touchdown schon gemacht. Dann braucht ihr nur den 5. Also bis zum 4. müsste er dann logischerweise kommen. Das ist so ein kleiner Trick. So. Wir gucken uns an. Wir haben jetzt hier auch Platin. Alle Trophäen haben wir. So. Ich hoffe ich konnte euch damit ein bisschen. Helfen. Konnt euch damit. Was Gute tun. Ihr fragt ja immer nach neuen Platin. Wie ihr seht. Wir haben hier noch ein paar Spiele. Bei. Ein paar Spielen davon wird es noch ziemlich leicht. Und ziemlich einfach. Äh. Jo. Ich würde sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.